Jo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute seht ihr den zweiten Teil der krassesten Wasserrutsche in ganz Deutschland. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, der Link ist unten in der Beschreibung. Den müsst ihr euch auf jeden Fall zuerst angucken, den ersten Teil, damit ihr den zweiten ein bisschen checkt. Also checkt den Link unten in der ersten Beschreibung ab, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt. Und ja, der zweite Teil fängt jetzt da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Also viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Okay Flo, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ohohooo! Ohohooo! Ohoohooo! Ohohooo! Wow! Was? Was geht's doch nicht los?! Ich mach mein zweites! Ey, lasst da auf jeden Fall einen Daumen für Flo dran und schreibt Flo ist der krasseste... Reiß, Reiß! Das ist so, wie ich soll. Hast du Angst? Ja, normal, Alter. Ich muss gleich auch noch. Aber wir haben nicht mehr viel Akku. Du musst beeilen. Eins, zwei. Leute, ich komm überhaupt gar nicht klar. Erst mal, wo ist Schökel? Hier, bester Mann. Normal. Der hat einfach klargemacht. Patrick hat auch klargemacht und jetzt ist Max dran. Wir sind zu schwach. Auch klargemacht. Ist das krass? Max, wo ist die GoPro? Wir haben die GoPro verloren, aber das war es auf jeden Fall wert. Da oben ist Timmek, er hat Angst. Er glaubt, er wird sterben. Aber bei Timm ist es immer so, wenn sich jemand verletzt... Boah, Bremse, Digga, wow. Wenn sich jemand verletzt, ist das Timm. Leute, die beiden Patricks rutschen jetzt zu zweit. Kalif, geh nach vorne, Alter. Patrick kann ich notfalls wegtreten. Tja, das geht auf jeden Fall. Entweder fliegt ihr viel weiter oder ihr... Ihr rutscht jetzt beide zu zweit. Richtige Vater-Sohn-Rutsche, Junge. Die rutschen jetzt echt zu zweit. Jetzt ist da mal einer hinten auf der Polie, sonst geht die nicht. Junge, schaut rein, ey. Er brecht euch nichts. Brecht euch nichts. Schaut rein. Oh mein Gott, du fühlst dich froh. Jaaaah! Haaaah! 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 Haaah! Das ist doch kranker Scheiß, Mann. Der Kleinen ist 10 Jahre alt, die Blügemotorosa. Hey, mach nicht mal, mach ein Backflip. Was willst du jetzt machen? Backflip. Wir spielen hier eine kleine Challenge oder was? Pass aber auf, es ist nicht tief, du weißt Bescheid, ne? Ja, ja, ja. Das ist Jay-Z-Jarou los. Jay-Z-Jarou. Ey, ich schieb den Mann da. Ja, kannst los, eins, zwei, drei, go. Oh, oh, oh. Hey, jetzt werden wir sterben. Das ist zu dir, komm. Komm, Alter, jetzt turnieren, du bist dran. Halt fest. Zu viert hab ich ja. Nein. Berlin ist sogar sechs. Ey, Leute, wir haben sechs. Hey, mach. Probier drei, mach. Probier drei, mach. Probier drei, mach. Ja. Let's go, let's go. So, Leute. Vier Abonnenten rutscht jetzt zu viel. Er hat sogar schon eine gebrochene Hand. Egal. Wir haben auf jeden Fall die krassesten Abonnenten. Macht gern. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jawoll. Jawoll. Leute, wir haben die krassesten Abonnenten, die machen alles mit. Alles gut, heftige Jungs, heftige Jungs. Ich hab nie gedacht, dass es so gut klappt, guckt ihr euch den an, Jason hat sogar hier schon ein Blut am Rücken, krass auf den Pass auf, wenn der runterrutscht. Ey, bitte nicht auf meinen Kopf! Ja, ja, mach ich! Hau rein, hau rein! Oh! Ey, Jason, du bist richtig krank. Ich bin Elias. Ja, meinst du? Mein Bruder. Elias hat schon gebrochen den Arm, oder mach einfach. Wenn ich sterbe, nicht ärgert mein Handy. So kriegst du dein Handy. Ey, wir haben auf jeden Fall die krassesten Abonnenten. Ja. Du bist auf jeden Fall in der, äh... Ich sterbe gleich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Whoa! Oh! Auf jeden Fall! Oh! 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 Guck mal, das geht so. Mach. Eier, Junge, Eier. Junge, hau rein, Mann. Dennis, wie fühlst du dich jetzt beim ersten Mal runterrutschen? Ich schmeiß es, Mann. Ja, okay, das passt, das passt. Dennis rutscht jetzt runter und, wie heißt du? Geht's hin? Geht's hin? Ja, Mann. Jungs, habt ihr Angst? Erst muss einer hinsetzen. Oh, shit, wird klar gemacht. Glaubst du, wie groß sind die ohne Kinder? Ja, safe, oh mein Gott. Oh, shit. Die sind langsam. Oh, shit. 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 Klar gemacht. Oh, shit. 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 Das war's jetzt mal mit dem Video. Danke, dass ihr alle da wart. Oh, wer ist das perfekt? Ohne, ich hätten wir das nicht geschafft. Und ja, morgen, wenn wir mit dem Nemo runterrutschen, dann spielen wir eine kleine Challenge. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall 7777 Likes da. Ja, Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace! Peace!